Nachdem wir festgestellt haben, warum das mit dem ersten Eindruck so wichtig ist, fällt mir ein, ich hab da noch ein wunderbares Bild aus dem Familienalbum, auf dem ich so super gut getroffen bin. Schauen wir uns mal an, wie das aussehen könnte. Ich hab da mal was vorbereitet und ein bisschen im Archiv vom Chef gewöhnt, aber bitte nicht weitersagen. Also hier, ganz förmlich, mit Fliege, interessanter Kopf, aber was ist das? Hochzeit der Tochter? Wammlaufen für den Opernball? Neues Anfang der Philharmoniker? Irgendwie sieht man ihm so eine gespannte Erwartung an. Oder das hier, ganz anders. Relaxed, mit Sonnenhut, die Sonnenbrille liegt wahrscheinlich auf dem Tisch neben dem Campari-Glas. Hier spricht die maximale Chill-Kompetenz, aber professionell wirkt das nicht. Die Situation der Aufnahme schwingt immer mit. Zu viele Nebengeräusche. Beide Fotos sind schlicht zu privat. Wer ernst genommen werden will, braucht ein ernstzunehmendes Profilbild.